einer von euch noch einer von euch noch viel mehr von euch und fast 5000 gold sehr schön oh ja es wird gleich wesentlich entspannter wenn wir das durchmixen können mit den helden 5.006 wo die gut wandelne lebenspunkte sehr schön aber ja doch langsam wache ich auf was die reaktionszeit angeht da ist das spiel echt gut bei das ist so ein ganz ganz mieses auge postraum heißt zwei kisten und damit müssen wir das gold jetzt haben für nachkommen einmal durch wuseln sehr gut runter wollte mir springen aber unser kopf doch ein wenig zu dick viele augen auch wenn es nur eine augen sind was hast du denn schön ist noch mehr gold also können wir uns einmal durch wuselnde nachkommen kaufen und einmal vielleicht angriffskraft mit fast glück 10 dolche dolche kann ich nicht warum gibst du mir das dolche aber schon 30 goldmünzen erspielt juhu ist ja nicht so dass ich in der zeit zig jahren hätte kaputt und können die mehr gold gebracht hätten ja ja du mich auch duper klauen oh du bist spaß jetzt aber sehr charmante klauen auch gut und beim boss raum rund da geht es doch bestimmt in die hölle und ich wollte nicht so wirklich in die hölle da haben wir gerade mal 50 prozent lebenspunkte oh 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 guck mal ne keine hölle nur gegner besiegen gegner besiegen ist toll das heißt es gibt hier nämlich lebenspunkte oh 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 äh, das war Lebenspunkte und Mana was ja auch nicht schlecht ist, aber wie ihr sehen könnt, meine Mana ist voll ich habe das nie benutzt, so, weg mit euch weg mit euch so wenigstens mannere warten du stehst da sehr und günstig gehst du mal kaputt, danke aha das sind die grünen die gehen ja noch oh, so wir haben irgendwas kaputt gehauen ich habe nur keine Ahnung was so so dich überspringen wir mal oh hinterhältiger Ninja grüner so was machst du hier unten komm her viel größer als du sehr schön sogar kritisch so rechts haben wir ein gegner eine Hütigekeule so oh ein Gegner, der sich nicht ordentlich wehren kann ein Gegner, der sich sehr gut wehren kann drei oh drei Schläge für den Feuermagier hier das ist echt nie schön 7500 wow der geht richtig ab der Paladin gerade also ja ich habe die ganze Zeit gemauelt und so aber es ist sehr sehr gut ich meine als ich gelesen habe wie viele Punkte die das Durchwürfeln kostet habe ich ja schon gesagt das schaffen wir eh nicht in diesem Leben jetzt haben wir das schon locker drin plus ein, zwei andere Upgrades sehr sehr gut oh ah 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 oh ich hau noch schnell da ist ein doofer Wolf ja genau du ich mag euch nicht ha erwischt sehr schön so da ist noch einer irgendwo genau da quietsch quietsch komm spring spring so so dann halt auf die Rabiate-Tour einfach einen Schaden fangen oh so sind wir hier jetzt durch ich glaube schon also in dem Bereich nicht auf diese Etage auf diese Etage müssten wir noch ganz am Eingang einmal nach oben gehen ich glaube da kürze ich ein bisschen ab beim Boss oh Boss war Pomme de Terre ne ja da haben wir nicht so wirklich viele Möglichkeiten Lebenspunkte im Bosskampf zu bekommen obwohl die gar nicht das hier ist Alexander ha ja komm wir haben 7800 Gold das passt schon genau du weil du hast ganz viele kleine Freunde die können wir alle umbringen hoffentlich mit einem Schlag und so Lebenspunkte bekommen oh ja der kriegt gut Treffer kommt hier rein oh au Mist aber die kriegen wir noch so kaputt das sind dann ganz viel viele oh ähm 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 komm stipp 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 ha ah nicht wow komm nein von ihm angestupst das hätte nicht sein müssen aber eine Reihe zwei rein drei rein vier rein und angebrochen sehr sehr schönes Leben was geben wir jetzt eine Spielung Kette ein Archmage und ein Spillunga der keine Farben sehen kann und die hat gar nichts aber wir haben Insane Fox noch gar nicht gehabt und Shihaya schon viermal also nehmen wir ihn hier ja jetzt hätten wir gerne das durchwürfeln so 2363 davon wollten wir Angriffskraft holen und dennoch noch ein bisschen Rüstung so also schwarz weiß auf zur Kistenjagd oh war wir sollten noch ein zwei Sachen umstehen genau bei dir und zwar hätten wir gerne ja da haben wir jetzt die Möglichkeit zu fliegen und Mana zu ziehen achso Siffen war gar nicht Mana und Dinge sondern Balance war Mana und Lebenspunkte okay so da hätten wir gerne mehr Gold und das war es glaube ich ja schon jo du kriegst jetzt 440 Gold so zeigt mir eine Karte voll mit Goldkisten also oben ist schon mal gleich einer hier nämlich jo und weg oh oh das ist ein Fragezeichen das könnte so oh wir sind kein Zwerg auch wenn wir ein bisschen so aussehen weil wir keinen Bommel oben drauf haben oh äh Feuer Aura hast du Hülle wir haben schon 65 Lebenspunkte haben wir nur noch weil zweimal getroffen wurden das ist übel okay wir haben den Blutumhang auch noch an ne ja das könnte sein wie schön oh und schwarz-weiß Blutstropfengeschosse so kommt man muss ganz viele Gegner töten oder Hühnchen finden weil so halten wir jetzt nur noch zwei Treffer aus und das reicht nicht um ordentlich Kisten abzustauben da wären schon mal zwei also wird dann Übergang sein oder Boss besser gesagt so oh so 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 75 Lebenspunkte das sieht schon mal gut aus und ganz viele Kisten äh Fässer ja ein Hühnchen sehr schön da ist auch noch ne Kiste da ist die falsche Richtung sehr gut wir wollen zurück nach links weil da sind zwei Kisten so oh zink genau Bossraum sehr schön Gold, 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 Gold Gold, 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 Gold Essen links sind gar keine Kisten mehr nur noch hier oben da ist gleich ein Maya-Gebiet das heißt, dass die Kisten noch mehr Zeug haben das heißt auch, dass wir nur ein, zwei Treffer aushalten warum liegt der Gold auf dem Boden komisch, komisch aber gut dash, dash, dash mitnehmen so hier geht's gar nicht weiter äh okay das ist jetzt ein bisschen komisch dann müssen wir hier durch dann rechts weiter und nochmal rechts weiter da so zink, zink, zink ein leerer Raum okay oh 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 sehr gut Lebenspunkte sehen langsam wieder okay aus und jetzt richtig okay dich können wir stehen lassen Truhen oben sind zwei Truhen also Bossraum gucken wir mal ob wir da hin kommen oh kritischer Treffer sehr schön ist auch kaputt äh dich ignorieren wir stopp wie kommen wir da hinten hin links hoch und dann oh rechts wahrscheinlich oh oh Tumba es verfolgt uns ah 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 nicht gut da ist noch einer weg hier weg hier weg hier weg hier der Raum wird mein Untergang sein äh ah okay okay hätte ich so nicht gedacht ich hab mich da schon wieder halb rein stolpern sehen oh Eisstachel den Boombuster würde ich ganz gerne ignorieren damit er mich nicht die halbe Karte befolgt ah 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 erwischt aber Fastenreihe ist für ein Spelunky okay so jetzt kann ich durchmixen also wir haben einen neuen Spelunker will ich nicht und Archmages durchwechseln wir haben einen Paladin der sich schnell bewegen kann wir haben einen Assassin der Gegner wegschubst und nichts sehen kann farbentechnisch und ein Magier ja dann doch den schnellen Paladin so